Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich im REWE-Markt Frankfurt Lokalbahnhof. Ich heiße Herr Freudenstein und werde Sie ein bisschen durch unseren Markt führen. Seit 20 Jahren arbeite ich mit Herr Fladovic und seinem 40-köpfigen Team zusammen. Das Besondere am REWE Lokalbahnhof ist der langjährige Teamgeist, der Mitarbeiter und das persönliche und teilweise familiäre Verhältnis zu unseren Kunden, die uns jeden Tag aufs Neue besuchen und sich bei uns rundherum wohlfühlen. Die Mitarbeiter nutzen viele interne Schulungen, die durch die Firma REWE angeboten werden, um immer das Beste zu geben und für den Kunden da zu sein. Der REWE-Markt wurde im Jahr 1968 eröffnet und ist seitdem mehrmals vergrößert worden. Das letzte Mal wurden wir im August 2012 neu renoviert und auf das neue Konzept der Firma REWE umgestellt. Die Philosophie unserer Filiale zeichnet sich durch Ehrlichkeit und fairen Umgang miteinander sowie Zuverlässigkeit aus. Unser Markt hat eine Verkaufsfläche von 1080 Quadratmetern. Unser Herzstück ist unsere neu gestaltete Obst- und Gemüseabteilung mit einer Größe von 150 Quadratmetern und ca. 400 Artikeln. Eine reichhaltige Auswahl an Exoten, einer Salatbar und einer tollen Auswahl an Convenience-Artikeln, die von drei Mitarbeitern jeden Tag in unserer Küche frisch produziert werden. In unserer Filiale bieten wir ca. 12.600 Artikel aus verschiedensten Sortimenten an. Die Weinabteilung hat eine Größe von 30 Quadratmetern mit ca. 470 verschiedenen Weinen. Neu im Sortiment ist die Auswahl an Bio-Weinen aus internationalen Anbaugebieten. Als Kundenservice bieten wir jetzt neu ein Rezeptterminal mit einer großen Auswahl an Menüs an, wo unsere Kunden sich ihr Abendessen zusammenstellen können. Neu gestaltet wurde auch unsere Serviceabteilung mit einer Länge von 12 Metern und ca. 1000 Artikeln. Zusammen mit meinem Kollegen Herr Tozer bin ich zuständig für die Lachengestaltung, wo wir jede Woche für aktuelle Präsentationen sorgen mit wechselnden Themen. In unserer Filiale sind wir für Fragen und Kundenwünsche da, die wir versuchen zu erfüllen. Bewerbungsmuster Abonniert Bewerbungsmuster